Hallo, hier ist Europa Box 28 zu einer Runde Battlefield 4 auf dem PC auf Heimen Reserves. Und Eroberung spielen wir und ja, hätte ganz gechillt und gelassen. Am Samstag Nachmittag. Und hier sehen wir die Karte. Also die Runde hat eigentlich erst frisch begonnen, ich bin einfach später beigetreten. Also Boost dürfen wir kennenaktivieren, wie so auch immer. Das finde ich eine harte Bordsteinkante dort und das tat weh. Ich glaube gehört, du brauchst Munition. Also ab und zu denke ich, die haben alle einen scheiss Ping auf dem Server. Oder der Server hat einen scheiss Ping einfach. Oder ich spiele einfach scheiss. Wow. Ah, oh. Auuuuh Mann, diesen Scheiß interessiert doch niemand, wer das in den Chat schreibt. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug nicht mehr explodiert, wenn ich nur gegen fahre, anscheinend ja doch. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug nicht mehr explodiert. Ich habe ja jetzt einen Schalldämpfer gekriegt, ist mir ja voll genau aufgefallen. Ja, wie das aussieht, der wie so eine Penisverlängerung. Das kann ich doch nicht. Bye-bye. Scheiß Sniper. Man kann doch statt hier einfach rumfighten, einfach die schöne Aussicht geniessen. Und von allem heraushalten. Und einfach mit Panzern kuscheln gehen. Oder auch nicht. Weil der Typ ist anscheinend nicht auf Kuschelpartys. Wunderschönsend sind mir nicht die schlechtesten. Anscheinend will jeder in das Hotel hier. Wunderschönsend sind mir nicht. Wunderschönsend sind mir nicht. Uff. Wunderschönsend sind mir nicht. Wie war das? Man kann doch mal, wunderschön. Wunderschönsend ist mir nicht. Die gehen schon mit 2 Zivik, aber das ist gut zu wissen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, now. Einfach spazieren gehen. Wenn man spazieren geht, kommt der Sniper, der einfach rumpimmelt und nur scheisse macht. So, er wird so wieder draufgehen hier auf dem Boot. Was? Ich gehe jetzt mal zu E, so werde ich hier ganz bestimmt sterben. Okay, now. Okay. 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 Oh, scheiße. Okay. 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 So schnell verstecken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, jetzt für E Also, keine gute Idee Also, keine gute Idee ist es schon gewesen, aber dass die Karie explodiert ist, das ist nicht gut Also, keine gute Idee ist, das ist nicht gut Ich kann hier eigentlich die andere Seite auch einstürzen lassen, selbst Hier ist Ihr Ammo Hier ist die Ammo, pick it up Sie sind sehr instabiler Und wir sehen uns hier Jetzt set the C4 Hier ist Ihr Ammo, pick it up Hier ist die Ammo, pick it up Kommt die Ammo Das ist das Ammo 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 Ah, die Runde ist jetzt auch klar. So, ja. So, und ja, das war Europa Box 28 mit einer Runde Battlefield. Viel bis, den er, ciao.